E e e e e Zu Glück haben wir Pügel Kann man ein paar Kills machen Denn das ist nicht so langweilig Eine Brocken Trrrrrrr... Unten in der Kanalisation ist schon einer Ich hab bei wem's der Ton so scheiß ist. Boah, das ist so schlimm. Hier unten ist schon einer bei der Kanälesetzung. Irgendwo ist er hinten. Okay, jetzt ist er tot. Der Arme hat sich versteckt. Ich bin der hier. Ach du hast die. Okay. Ich stehe, ich stehe. 4P. Oh Barrens. So, jetzt bin ich gelootet. Kann's losgehen. Papa! Die wilde Jagd. Papa! Ist das euer Auto? Ja. Er benutzt einfach die G-Klasse. Ich geh da mit dem Lamborghini rum. Ja, oh. Lass mich doch. Lass mich nicht. Bei mir ist Gegner. Oh, bei mir auch. Ey. Oh mein Gott, wie dumm. Warum stehlt er mit dem Kühl? Immer noch ein Gegner. Oh, ich werde geschossen. Oh, ich werde geschossen. Oh. Oh. Man tut mir nicht nach hinten. Du Bellen Reiter! Das ist noch ein Kemmer. Der ist noch ein. Ach, okay. Ach. Okay, reicht nicht. Wir waren auf jeden Fall schon Gegner. Oh, wessen Headset ist denn so kacke? Was ist das für ein Lanes? Echt? Ich muss schon wieder losleihen, so Lennart. Wir sind wirklich nur zwei Küche. Orang去了. Bist, hier. Ich kann's auch werden. Ich kann's sich da in die Oberfläche. Ich kann's sich da in die Oberfläche. Es ging fast nochmal. Ich kann's sich da in die Oberfläche. Ich kann's mich da nicht sagen. Haben wir schon einen Boots? Hast du einen Boots angeschickt? Hast du jetzt eigentlich schon einen Siegesgleiter, Bolodo? Nee. Er ist auch hässlich, brauchen wir nicht. Okay. 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 So. Let's go. Wo sind sie denn da? Das ist gar nicht mehr meins, oder? Das ist Hitzig. Das ist für Jups. Der wird zu. Ja. 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 Ja, das ist für Jero. Ja, das ist für Jero. Oh... Hey Sven! Hinten? Hinten sie nicht mit? Wo ist der jetzt hin mit seinem Motorrad? Der war wo an? Ah, da hin. Bei mir kommen gleich die Gegner. Wir müssen da hin. Wir müssen da hin. Da ist noch ein Gegner. Da oben. Da oben ist noch ein Gegner. Da oben sind wir. Ja schön. Und der andere Gegner ist da hin. Ich bin da zu ankommen. Ja. Ja. Ich bin da. Die Leute, die einfach... Der ist nicht selbst gekehrt? Ne, gut, die haben keine Freunde. Das ist ja mal Musik, was jetzt nicht... Ne, keine Musik. Ne, bei mir ist gerade... Okay, das ist neif, du, du seid nicht. Oh, ganz anders. Da! Ja, hier auf mich schießt gerade einer. Wohin, Sven? Äh, warte mal, bleib mal hier stehen. Oh mein Gott, hat die kranken Recall. Scheiße. Also, zu den Medaillons muss ich nicht unbedingt gehen, zu den zwei. Ach du scheiße, verzieht die. Da vorne wird geschossen. Oh, da sitzt... Oh, da kommt hier hin. Ich muss mich eingefreit und werde gleich gehedshotzt sein. Oh, hier... Perfekt, hier ist ein Busch. Der Busch kann kommen. Ich kann euch... Ich kann euch nicht zuschauen. Ich kann euch nicht zuschauen. Oh, ich hab nix zum Mugen. Kacke. Dann geh ich doch hier weg. Geh ich über zu Sven. Ich hab doch Bärhilfe. Oh nein, das sind zwei. Zwei. Ich geb dir drei Sekunden und das... Ich geb dir eine Minute. Nee, ich hab so beide getötet. Und der eine hatte sogar das Video. Jaja, hier läuft noch ein bisschen. Ich bin zufriedig. Der ja hier hinter mir ist. Der hier. Oh mein Gott, das brauch ich nicht. Ja, schön. Ich hab ihn. Es gibt glaub ich was, Junge. Das werd ich nie schaffen. Gefährt ein Motorrad. Achtung. Hab die ihn. Es verzieht diese Waffe. Die verzieht es über. Die verzieht es so. Die hat gefühlt gar... Die hat ein bisschen Rückschlüsse. in der Bunde. Ich schlafe gut zu. Oh mein Gott, als sonst... Die hatten beide keinen Real-Life. Ist das schlimm, ey. Bei dir im Motorrad? Ja. Hier oben war ich überhaupt noch nicht auf dem Bahnhof. Oben auch. Ach, ich brauch so viel Green Life. Ich sterbe ich. Habt ihr Green Life? Klar. Ich komme zu euch. Als erstmal zu Sven. Sven? ja was überhaupt eine runde jetzt dabei aber also line store hat sich eingekauft erstmal mit der bezahlte mitgliedschaft und dann darf er jedes mal mitspielen ich gehe nächste runde vorteil starten wir können schon in der runde spielen aber nimm bitte an nicht so wie gestern ich weiß wie ich habe jetzt ein ich habe nicht wieder ein stumm das war vom youtube hauptsächlich das was ist ja aber wenn ich schieße dieses auch richtig ich will noch die gewonnen oder ist das gehen und noch inseln ist gespawnt die Die wurde noch nicht eingenommen. Wer ist zu laut? Ja lass mich mit rein. Hallo, hallo, Digga! Skin Skin! Hier ist ein Skin Sogo. Ganz gute Runde eigentlich im Abendlich. Oh mein Gott, wie geil. Das ist auch eine gute Runde, oder? Was war das denn? Oh mein Gott, das ist ein win. Das war ein schlauer Move, ne? Ich geb dir die mythische Pump, wenn du mir die andere AR-Gebbs. Also ich hab ne mythische AR. Also ich bin zufrieden. Ey wir sind genau in der Zone, Leute. Wir können hier genau bleiben. Mythische AR gegen mythische Pump? Habt ihr gehört? Es sind nur noch zwei Gegner. Wir können genau hier in der Zone bleiben. Warum? Warum ist die Zone gerade, äh, die Insel gerade jetzt, wohnt, obwohl ich nur... So. Aber wir müssen hier aufs Dach, ey. Was wenn du musst aufs Dach, weil ähm, die Zone ist hier. Guck mal wie riesig das Ding ist. Die, die Dings noch ist. Es sind nur zwei Gegner noch auf dieser riesen Welt. Seht ihr das? Oder die Sterne? Also die Runde danach stehen nur Rocket League, ne? Nur so als Info. Rocket League oder Rocket Racing? Rocket Racing. Okay. 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 Wie geht es Ihnen? Das wollten wir noch bald schichten. Wer anders will beitreten. Die Frage ist, sind das echte Gegner oder nicht? Wahrscheinlich botz. Ich kleb mich mit rechten Fuß. Ich kleb mich mit rechten Fuß. Also wer in dieser Zone stirbt, ist selber schuld. Ist so. Was? Man sieht halt auch keine Gegner, ne? Hat mir das dagegen, wenn ich kurz aufs Klo gehe? Ich geh kurz aufs Klo. Mach das. Wir gewinnen eh. Wir wollen noch beitreten. Das ist doch gut. Wir wollen noch Rocket Racing spielen. Machst du danach. Es verlässt du danach wieder. Ich hab doch gesagt, wir stimmen Rocket Racing. Ja, aber danach. Danach geh ich irgendwann mal frühstücken, ne? Achso. Und arbeiten. Sieht irgendeiner den Gegner? Ja. Ist da ein Gegner? Ist da ein Gegner? Ja. Ich hab das ja noch gar nicht gespielt. Sind die echt? Alter, wer hat's allm kackett? Nee, das ist ein Bots. Ttstst. So, bin wieder da. Oh, wer hat grad blumenkackett, ey? Meine Ohrenblatt. Was? Mein Ohrenblatt für den unn Trevor denken? Ich bin noch vor die Veneration. Oh, oh, oh. Oh. Ja, der ist aber auch ein Bot. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist der letzte woanders. Hm. Natürlich ist er woanders, wenn ich nicht lossehe. Jetzt ist er. Let's go. Oh. Ich geh kurz vor der Bestattung.